Hallo und herzlich willkommen hier in der Heiligke-Kraftstraße 13, Ecke Hoherstraße 19, wo wir gerade die jüngste unserer Komplettzernbindung beendet haben. Eigentlich wollten wir einen Taktor auf der Tür anbieten, so dass sie selbst herkommen und sich alle Wohnungen angucken können. Aber leider haben wir ja nach Corona auch das, so dass wir uns gedacht haben, wir machen eine Art virtuellen Wohngang und zeigen die neue Wohnungen eben einfach so. Gehen wir mal los. Jetzt sind wir in einer Zweiraumwohnung mit ca. 59 Quadratmetern. Das Wohnzimmer mit der angrenzenden Küche und Balkon. Gegenüber ist das Bad und auch hier wieder die bodengleiche Dusche, die wir in all unseren neuen Wohnungen schon seit Jahren einbauen. Und ein Clou der Wohnung. Hier gibt es noch einen Balkon. Ein weiterer, deutlich größer als der andere. Gut schönen Blick. Die Wohnungen in der Hohenstraße sind mit Fahrstuhl zu erreichen. Jetzt sind wir in einer der Besonderheiten in diesem Haus. Wir haben nämlich hier speziell für Rollstuhlfahrer Einraumwohnungen, die ungefähr 38 Quadratmeter groß sind und die entsprechenden Bewegungsradien liegen die Rollstuhlfahrer auf. Auch hier der Blick in den grünen Innenhof von der Heilige Grappstraße. Wohnküche, die Türklinken, speziell für Rollstuhlfahrer und natürlich gilt das auch für das Badezimmer. Die Aussicht von hier oben ist schon ziemlich genial, oder? Schauen wir uns mal die zugehörige Wohnung an. Und hier ist schließlich noch die Küche. Mit noch einem Balkon, wodurch man die Sonne natürlich zu jeder Tageszeit perfekt genießen kann. Jetzt sind wir in einer Dreiraumwohnung, die ungefähr 68 Quadratmeter hat. Hier ist das Wohnzimmer mit einem bodentiefen Fenster. Und besonders schön ist eine Schiebetür, die Sie je nach Bedarf schließen können zur Küche. Schauen wir uns nochmal das Badezimmer an. Auch hier natürlich wieder die bodengleiche Dusche. Auch hier mit Blick in den grünen Innenhof in Richtung der Landschule. Bei der Komplettsanierung sind insgesamt 26 barrierearme Wohnungen entstanden, die wir als ein bis vier Wohnungen angelegt haben. Sie sind ca. 38, das ist ungefähr 170 Quadratmeter groß. Und wie man sieht, kann man die Sonne hier schon super gewesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017